Ich kenne deine Profit und hab' ich gewinnt! Warte, Alter, warte doch! 13x save, labert keine Scheiße, Alter! Wir sehen uns gleich mal 13x, ja oder nein? Starlight Princess, ich ess deine Leggings, Alter! Mach keinen Scheiß! Komm schon! Erste 2er Multis da! Komm schon, Tiki! Hör auf mit den 2er Multis! Ich find' auch, er sollte dir einfach gar keine Multis mehr geben. Wär nur gerecht. Alex, haben sie die Beine gebrochen, wenn er das sein soll? Ja, genau. Nur noch ein paar Deadspins, guck dir das an! Fick mich nicht! Komm schon, Bruder! Alex, Alter! Alex! Das wird doch noch 13x! Alex! Alex! Und Dead! Ich, 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 ich! Ich, 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 ich! Du kutsch mich so an! Halt deine Fresse mit deinen Korts, Mann! Dein Kort auch noch 13x, Digger! Ich geh dir ne Profit und hab' ich gewinnt! Warte, Alter, warte doch! Triff du erst mal ein 100x in einem Bonus. Lass mal kein Scheiß, Alter. Nächstes Game, Alex. Forge of Olympus. Guck jetzt. Neue Dings regelt das. Ja, lass mal schreiben. Was machst du da? Alex hat einen Kanzler ab. Genau von meiner Nase ist halt direkt das scheiß Dings Mikrofon, Digger. Und ich seh deine Tastur nicht. Wenn ich das einmal falsch ansetze, tippe ich alles falsch einmal noch. Trink, Bruder. Wasser mit Schuss. Auf jeden. Weißt du, Bruder? Let's go, Jungs. Hey, warte, es gibt verschiedene Level. Ach so, verschiedene Level. Level 1. 2-1-Moto-Multi. Okay. Hammer zu Niveau auf 3. Warte, vielleicht upgrade er jetzt auf Level 2. Ich weiß es nicht. Also jedes Mal, wenn du Hammer bekommst, steigert das Niveau. Okay, das heißt wir brauchen Connection und Hammer. für das nächste Level. Ooooooh! Nein, mehr Doppel! Fuck, Mil! Connection! Connection! Haben wir hier zweimal Vollmilch? Weil Fettarme hab ich ja schon. Connection! Nein! Fuck! 95! Ja, das ist neu. Landus Slott Amateur, woher kommt dieses Spiel? Wer hat dir das vorgeschlagen? Alex! Das ist nämlich neu, Bruder! Bei mir ist das nicht mal reingegangen, die Scheiße, ey! Die ist neu, Bruder, die ist neu! Echt stabil! 244,60! Ist nicht schlecht! Ich glaube, wir müssen ein bisschen... Bruder, Alex, wie heißt nochmal das Game? Friday Night, wie heißt das? Bruder, Alex! Bruder, Alex! Sorry, der war... War mir noch um, ey! Ich war ein T-Rex geworden! Was war das? Willst du mich verarschen, Digga? Steh auf! Tanzt, du Kek! Nein, die anlaufen euch! I Das nächste Spiel ist Pubkings Alex, halt deine Fresse! Sag's nicht! Alex! Was wollt du grad sagen? Nicht Sehr gut Ja ne, das Spiel zahlt dir sowieso nicht Was laberschön, zahlt jetzt 350 Euro, guck jetzt Pass auf, der lädt den linken voll auf Aber weißt du, was er dann macht? Er gibt dir mehr von der Frau und die Frau hat plus 10x Alex! Sei leise Eros, ich gönn dir immer von Herzen, du weißt, aber jetzt ist es Zeit, richtig reinzuscheißen Hör auf jetzt! Komm schon, Bruder, verkack das nicht Ok, 25x, niemals! Digga, der Höchste hat im Moment einen Null Ok, jetzt weiter 3x Stabil Fuck, wir haben noch 3 Spins, Alter! Hör auf den zu geben! 8x 8x Stabil, stabil Alex! Ah, das wird ein bisschen viel langsam Was ist das jetzt? 16? 25? Nein! Nein! Nee, ist ja 23 gesagt! Weißt du, warum ich grad zu leise war? Ich hab mich so konzentriert, Auge auf dich zu werfen 25x 25x Ah, f*** mich! Hey, warum? Ja, ok, das geht jetzt, ok, jetzt weiß ich was im Moment Denkst du echt, du schlägst mich jetzt Hand auf Herz, Digga? Hand auf Herz, ich glaub, ja Niemals! Weißt du, was ich bloß hoffe? Was? Dass ich dich nicht zu hart schlage Nicht, dass du morgen nicht on kommst, weil du dich schämst Du lässt dich ein bisschen, Alter, bist geistkrank, ja? Was hast du nochmal? Ich hab bloß ein bisschen Angst davor, dass ich dich so hart schlage Dass du dich morgen schämst und nicht online kommst Weil ich dich so hart geklappt hab Hahahaha Was täuscht dich nachts, Alter! Das ist ein bisschen so, weißt du Ich bin komplett Völkerball-Profi Landesliga Komplett Erwachsen Und du bist so der Pumlige aus der 5b Was hast du gerade gesagt? Du bist der Pumlige aus der 5b Der Pumlige aus der 5b Wenn ich drei Jahre nicht trainier, hab ich mehr Muskeln wie du, Alter! Willst du es nochmal im Fitnessstudio unter Beweis stellen? Ja! Komm, nächstes Mal! Ok, 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 kein Problem Sagt mir ein Datum, aber kein Beintraining Ist mir scheißegal Auch Rückentraining zieh ich dich ab Ok, Rücken und Brust Und Arme Ok Und Schulter Ok Ok Ok, sag wann Sag du mir wann Ich schwöre, ich balle mit dreifacher Dosen Stoff, Digger Ja Und dann kippst du einfach im Fitnessstudio Mir ist scheißegal, Digger Hauptsache ich schlag Alex Unlustig? Ich schwöre dir, Alter Arme, kann sein, dass bei Alex GTP habe Safe Was? Rückfahrkamera hat er Aber natürlich, Bruder In meinem Arsch Letztes Game RIP sind die Superbonus Das ist mein Spiel, nicht deins Das ist mein Spiel, nicht deins Nein, 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 nein. Das ist mein Spiel, nicht dein. Nein, 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 nein. Das ist mein Spiel, nicht dein. Nein. Das gehört heute. 200 Euro, dann habe ich gewonnen. Let's go. Erste Katze. Je, so dead. Je, einfach so dead, Bruder. Gibt nicht. Rip City ist mein Spiel, Bruder, nicht deins. Rip City ist mein Spiel, Bruder, nicht deins. Rip City ist mein Spiel, Bruder, nicht deins. Bruder. Ja. Ja, Bruder, ich habe es dir gesagt. Ich habe es dir gesagt, Bruder. Ey, warte. Spin after win. Wenn jetzt Retrigger kommt. Ich merke, es kommen so fünf Katzen. Schade. Das ist mein Spiel, nicht deins, Bruder. Wir haben es gemacht. Hallo. Musik Ich bin komplett nass. Was sprichst du jetzt? Ich war doch schon. Zählt nicht? Ach, komm schon. Seid ihr zufrieden? Seid ihr jetzt zufrieden? Wiederholung? Ach, ja. Sie hat vorgedehnt? Sie hat vorgedehnt? Oh, das wird dir Spaß machen. Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt, Digga? Sie hat vorgedehnt? Ist das gerade dein Ernst? Oh, hallo. Bruder? Wir machen es wieder, oder? Wir schaffen es wieder, oder? Bruder, das liegt an dir, Bruder. Du hast die magischen Eier, du weißt. Ich würde schon den rechten kaufen, Digga. Bin ich ehrlich. Alles klar. Du führst den rechten, sagst du? Ja, ist halt mathematisch gesehen schlauer, ne? Okay. Was er jetzt machen wird, ist folgendes. Er wird unten die beiden verbinden und dann eine 500er dran schmeißen. Dann ist Maxven. Alles klar, Bruder. Wenn du das sagst, dann wird das so sein. Ja, so wird das kommen. Ja, er weitert nochmal. Die Multis sind auf jeden Fall schon mal stramm, Bruder. Die Multis sind nicht schlecht. Ja, jetzt sieben. Pass mal auf, pass mal auf. Der zaubert gleich. Mach Dings, Ronaldinho macht der. Ronaldinho macht der. Boah, nochmal süße Kassetten. Alina, wenn du Lust hast, oder Eddie, kommt gerne mit rein in den Discord, gell? Bruder, wo ist Alina? Wo ist Eddie? Wirklich. Wo bist du her? Mit deinem Hype Schwäbisch aus Stuttgart, Bruder. Wie viel ist das? Bruder, warte mal. Oh. Bruder, wie viel ist das? 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 Ich schwöre dir, wenn du hast goldene Eier, Bruder. Ich schwöre dir, wenn du hast goldene Eier, Bruder. Ich schwöre dir, wenn du hast goldene Eier, wie letztes Mal. Ich brauche irgendwann ein paar Chance bei dir, wirklich. Bruder, irgendwann mit dir immer, ich schwöre. Wir sind mit der Backlase, Gentleman. 5265, Bruder, du bist ein Biest. Ich wünschte noch deine goldene Pistange, Bruder. Hey, okay, das geht jetzt. Okay, jetzt weiß ich was, man. Skrrr. Baby, ich schmeck nach Peppermint. Dein Ex-Boy-Friend irrelevant. Kalt wie ein Eischenzelle.